Alle umgeschnitzt, geschnitzt, gestriezt, whatever, da ist die Katze, easy going, die nehmen wir auf jeden Fall mit, müssen wir uns nur von irgendwas anderem verabschieden. Die Frage ist was? Klassische Pfeile, Holzstock, Brillen, scheiß Esse, Maschnums. Ich kann die hier nicht füllen, oder? Nein, okay, that's shit, weil, Moment mal, unfertige Elektrojacke. Äh, öpp, verstärkte Jacke, gut, die Elektrojacke, die kann man eigentlich tatsächlich fallen lassen, weil, wir haben ja schon was besseres, wahrscheinlich, Goldkatze, na, nehme, so, das hätten wir schon mal gefunden. Die fernen Missstücke müssen alle sterben. Okay, das war jetzt alles ein bisschen ungezielt geschossen, aber mit Glück finden wir ja neue Munition. Ah, du solltest nachladen, Alter. Jawohl. Nö, finden wir nicht, macht aber auch nichts. Raven, Recon und Bongbreath. Also, wir sind eigentlich noch ziemlich gut equippt und haben noch genug HP, um das eigentlich zu schaffen, eigentlich wohlbemerkt. Denn, wie man sieht, hier ist natürlich schon wieder so ein Teil, was wir aufmachen können. Holy Crap. Na gut. Ah, da müssen wir erstmal die Gegend clearen. Das ist auch wieder sehr ungezielt, aber so kommen sie definitiv nicht an uns ran. Ja, ja. Easy. Ich glaube aber nicht, dass ich mit dem Kerl hier reden kann, ne. Sieht mal stark, Alter. Sieht mal stark nicht danach aus, ja. Fülle. So, was geht hier? Rollen. Not bad. I would say, ja, da oben ist er doch. Ist okay. Aber wir reden jetzt erstmal noch nicht mit dir, weil du bist schon ziemlich betrunkel. Sollen wir uns doch erstmal einen Platz, wo wir das Ding hier freispielen können. Das sieht aus, als wäre er hier. Ma. Damit wir bei dem Spacken da auch speichern können dann, wenn wir mit ihm geredet haben. Das wäre nicht schlecht, glaube ich. Alter, diese Weinberge, ne. Die sind ja echte Todesfallen. Offensichtlich. Bis ja ab, warte. Scheiße. Ja. So. Noch Fragen? Gut. Boom. Umgeblase, die Alde. Oh. Komm. Ah, shit. Verfehlt. Jetzt aber. Weggepustet. Crack, bitch. Weggepustet. Ah, super. Fett, fucky, fuck ist auch wieder da. Fuckity, fuck. Ah. Leck mich am Arsch. Wie groß ist denn das hier, Mann? What the hell? Are you saying? In der Zeit kann ich doch niemals alles freispülen. Ill. Liegt jetzt auch hier rum. Der ist neu dazugekommen anscheinend. All right. Komm her. Das wird jetzt natürlich riskant, wenn wir es da drauf anlegen. Die Zombies damit zu killen, ohne einen richtigen Sicherheitspunkt zu haben. Wird's heftig, aber wir gehen das Risiko ein, würde ich sagen. Es sei denn, the safe place. Es sei denn, wir kommen hier einfacher hin. Tun wir aber nicht. Gut, andererseits könnten wir uns hier hinstellen. Die fat fuck abknalle. Geht aber nicht. Wir müssen nur gucken, dass wir da nicht runterfallen. Lieber wäre es mir natürlich, wenn wir da oben drauf kommen könnten, ja. Das ist wohl wahr. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Oh, fettes Stück. Komm her. Ja, Mann. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal da reinkämpfen. So. Aber im Grunde genommen sieht das sehr machbar aus. Guti. Noch ein Rezept. Selbstgebautes Maschinengewehr. Awesome. Wir haben so viel Scheiß, den wir eigentlich noch bauen können. Das wird langsam mal Zeit, ja. Okay, aber jetzt gucken wir erstmal, dass das hier safe ist, weil dann werden wir natürlich versuchen, das genau so zu machen. Außer der Pflanze gibt es jetzt hier nichts. Gut, dann versuchen wir mal, das da frei zu bekommen. Damit wir dort auch übernachten können. Damit wir dort auch übernachten können, weil es wird schon wieder dunkel. Ich freue mich. Das habe ich wohl übersehen. Nur ein Benzinkanister, okay. Ich weiß ja nicht, ob wir das Inventar irgendwie noch erweitern können. Was wir definitiv noch benötigen würden, wäre, glaube ich, ziemlich Gummi. Ziemlich Gummi. Okay, komm mal her, jetzt machen wir das erstmal. Der andere ist da oben am Saufe. Macht ja nichts. So, jetzt hauen wir erstmal ab. Das hat er gehört, hä? Ge-ge-ge-ge-ge-ge-gimp. So, erstmal abhaue. Mal gucken, wann sie kommen, von wo vor allem. Und in welcher Größe die Wellen sind. Wir werden sehen. Da kommt auf jeden Fall was hinter uns. Aber das sind diese Nachtviecher. Hi. Na, okay, die kommen jetzt erstmal alle hier lang gelaufen. Ist natürlich zauberhaft. Können wir es ihnen von hier schon mal besorgen. Komm, verreck. Yeah. Na, kommt her. Ha. Goodie. Und zum Glück ist es sogar noch Nacht. Oh shit, die Vögel, Alter. Komm, runter mit dem Helm. Jawohl. Okay, keine Ahnung, was der Vogel da unten macht. Au. Komm. Ha. Wie sie abgeht, ne? Nachladen. Komm, 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 komm. Schneller, schneller. Fuck it. Fuck. Das war uncool. Jetzt, alter. Oh, fuck. Alright, alright, alright. Das war mal nicht so geil, weil uns die Explosion von dem Kerl darunter geschleudert hat. Aber wir leben noch. Das ist schon mal einiges wert. Okay, let. Okay, let. So, ich vermute, das war's. Ich hoffe es. Schlecht wär's nicht. So. Ah. What do you want? Okay. Gut. Oder so. Bin mir nicht ganz sicher, ob das so gut war. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht so. Alles klar. Gut. Gut. Ah, doch. Das war's. Sauber. Ja. Sieht gut aus. Das würde bedeuten, ihr fegt euch jetzt erstmal alle und zwar hart. So. Und wir sind im Safe-Häus hier. Ah. Limonade. Toll. Schön, dass ich das jetzt schon gefunden hab. Nicht, dass ich mir dachte, wie einfach es einfach mal wäre. Ja. Ja. Toll. Fat Fuckies. Verpisst euch. Da hab ich gar keinen Bedarf dran. Ja. Das Problem ist, wir kommen jetzt hier nicht raus. Ohne. Ohne episches. Weggesmasche. Langes Rohr. Monster in der Nähe. You don't say. Kann ich das öffnen? Okay. Run. Run, 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 run. Und gib ihm. Wir haben. Komm. Jawohl. Die gehörten, glaub ich, auch noch zu der Welle dazu. Jetzt können wir aber schließen. So. Jawohl. Jo. Scheiß drauf. Na. Dann reden wir jetzt mal mit dem Kerl. Mal gucken, was er sagt. Endlich. Alles freigeräumt und so. Hey. Ich weiß nicht. Du kommst, die meine... Stash? Fuck. Was hast du mit meinen Zombie-Frienden getan? Wir hatten ein bisschen. Party, du leh. Ah. Ha. Ha. Ah. Ha. Vollidiot. Okay. Jetzt kommt der Runner. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Eher nicht. Ah. Da können wir auch untergehen. Ich sehe es gerade. Was für ein Horst, ey. Zombie-Friend. Ja, ja. Me hungry. I guess so. Gibt es hier eine Feuerstelle? Ach, da unten. Ich packe es ja wohl nicht. Obwohl diese Bases eigentlich echt groß sind, die die da haben, die Jungs, ne? Okay. 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 und die Börse waren jealous, weil ich der Beste war, dass ich den Beste war. Also, wenn du mich, den König, musst du bezahlen. Und bezahlen gut. Whisky und den Hocker, das ist die Runde. Spast! Ah, daher kommt auch der ganze Scheiß, der hier rumfliegt, okay. Right, finde sämtliche fucking Pakete, okay, von Dirty Sanchez. Na gut, okay, wir gehen jetzt nochmal zu dem Affen und geben die blöde Quest ab. Dirty Sanchez und dann essen wir vielleicht erstmal so eine Kasawa-Wurzel. Nom 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 nom, die haben wir ja gerade gefunden. So, dann sind wir wenigstens nicht mehr hungry. Hi! Okay, tschüss. Danke, dass wir drüber gesprochen haben. Ist voll der Back runtergefallen. What? Schon wieder der Scheiß-Move, alter. Move! Was gehen hier ab? What the hell? Okay, vielleicht gehen wir auch nicht einfach mal kurz zu dem Affen. Das sieht nämlich aus, als wäre das nicht möglich. Aber geil! So, Ruhe hier, ja? Gut. Okay, ich glaube, das wird jetzt lustig, seine ganze blöde Fracht zu finden. Könnte hart werden. We will see. Ich schätze es mal. Ye-ha! Hallo, Bitches! What is happening? Nothing! Great! There you go! There you go! Fuck you! Die! 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 Achja? Thomas, wir tellen, du Opfer. Du wärst eh nicht mehr zurückgekommen rechtzeitig, wo auch immer du hin willst. Wolltest. Keine Munition, aber eine Heilpflanze. Okay. Dieses blöde Inventar geht mir voll auf den Sack. Äh... Falle lasse. So. Das Ding sieht man nämlich am besten. Na, nimm sie! Und... Heilpflanze. Zusammenfüge. Zack. Noch was. Keine Heilpflanze mehr. Schade. Schade, ich hätte noch eine genommen. So ist das nicht, ja. Ah! Beinahe der Berg runtergefallen. Achja? Ich glaube nicht. Ich denke so. Ah! So. Mann, Mann, Mann. Munitionsverschwendung immer mit euch. Unglaublich. Ich habe ein bisschen Angst. Langsam wird es echt schwerer, ne? Muss man mal ganz klar so zugeben. Wow. Die bringen echt viel, die Fischer. Gut. Ich hoffe, ich werde hier nicht zombifiziert. Das wäre uncool. So. So. You dead. I swear to God. You dead. Wo sind die Coco? Da hast du nix auf jeden Fall schon wieder. Alter. Wie schnell die Zombies einfach wiederkommen, ne? Wie viele Millionen sind denn hier auf der Insel? Wenn ich jetzt vorhin schon 2000 getötet habe, müssen das ja... Aber Tausende sein. Auf so ein paar kleinen Inseln. Aber hat... Logik, ja. Aber na gut. Sonst wäre es ja langweilig, ja. Wo ist denn der scheiß Affe? Oh. Oh, hier geht es auch noch weiter. Oder? Ah ne. Ich bin auf dem richtigen Weg zum Affe. Gut. Run. Hier hast du da einen Dreck, Bitch. Ne. Da. Labernit. Hammergeil. Noch ein roter Stein. Was soll ich denn damit? Oh. Okay. Bald haben wir die Affen aber auch alle abgenatzt. Dirty Sanchez Pakete. Haben wir auch. Dirty Sanchez, ne? Und run. Gut. Die Zombies sind tot. Warum sie die gehängt haben, ist jetzt irgendwie ein bisschen Sinn befreit. Wird schon einen Grund haben, ja. Aber wer weiß, was das sein kann. Dirty Sanchez. Gut. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns ein bisschen verarzten und so. Ah. Gut. Munition wieder aufgestockt. Sehr schön. Wir haben ja sowieso den Weg freigemacht. Wir bräuchten noch ein bisschen Gummi. Das kann nicht sein. Hier muss irgendwo noch Gummi rumfliegen. Vielleicht da unten. I don't know. Oh Gott, nee. Sounds like Zombie fun. Indeed it is. Okay. Ein Paket hätten wir schon mal gefunden, Alter. Bist du jetzt stolz? Ich hoffe es. Nun gut. Das war es auf jeden Fall für diese Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Hinterlasst Kommentare und Likes. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Yay. Musik 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 Das war's.